Das ist nicht schön. Das klingt wirklich nicht schön. Okay, Leute, diesmal aber wieder ein bisschen mehr Action, ne? Battle Boots, ja. Wo wollen wir hin? Wieder Flush Factory, oder? Können Greed to Groove, oder? Schön weit weg? Ja, let's go. Let's Groove. Dann go. Ich glaube, das Ding ist, hier wirklich das Geheimnis ist halt wirklich, sich einfach nur in 8 Millionen Material zu sammeln. Weil unser Problem war jetzt übel hart, dass wir kein Material auch mehr hatten, oder? Ja, oder überziehen Holz. Ist eher die Munition, war halt wieder... Ja, aber generell, dass wir halt wirklich am Anfang sehr, sehr viel sammeln und die anderen einfach töten lassen. Es ist halt echt krass ressourcenlastig, das Spiel. Ja. Das sind unsere Vasallen. Übrigens, Zola immer mit dem Penis das Ziel ansteuern, hat Johnny so eingebracht. Ja, das hab ich schon von Johnny gehört. Ja. Aber ich bin eine Frau. Und, und, und was ich auch noch gehört habe, ist, dass man nicht versuchen soll, über Hügel zu springen, weil man dann früher droppt. Kann das sein? Ja, 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 klar. Weißt doch, jeder. Weißt doch, jeder. Okay, ich seh keinen bei uns. Ich seh rechts welcher. Oh ja. Also Nord-West. Ja. Aber es ist nur einer, ne? Ist wieder der Typ von vorhin. Oh, die knacken mal kaputt. Lass direkt nah ran. Mit mehreren nah ran. Das wär gar nicht erst. Ja, der ist bei mir, der ist bei mir. Der will auf mein Haus. Okay, ich lande unter hier. Oder auf mir und Johnny. Ich lande unter hier. Okay. Oh, das ist so viel. Lecker. Okay, ich hab ne Schrot und geh direkt drauf. Nice. So, Maxim, hast du den Schild? Ja. Ist der bei dir im Haus? Ist der bei uns im Haus, Maxim? Ne, ne, der ist im anderen Haus. Oh, in der Tank. Ja, der ist in dem, wo du bei dem grünen ist, der glaube ich. Ja, ich geh gleich rüber. Ich hab nen Schrot und nen Schild. Hm, Schild hast du. Hast du keineres? Johnny, was ist los? Jetzt komm mal mit, Maxim. Ja, ich muss mich hier rausbauen. Der ist hier irgendwo irgendwo gewesen. Der war ziemlich sicher in dem Haus, wo der grüne drin ist. Dachte ich auch. Hm, vielleicht scammt der irgendwo und will uns gleich wegaimen. Klo? Augen auf. Ja, sieht aus. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Hm, hm. Hm. Ach, warte mal. Die, die... Die ist gelugtet? Ja, der versteckt sich irgendwo. Die eine Kiste hab ich gelugt. Die Kiste ist... Hier ist noch ne Kiste. Pass richtig hart auf, ne? Weil, der will direkt dann einen finishen wahrscheinlich. Der will einem das Spielversagen sein. Hm. Maxim, hast du grad ne Tür aufgemacht? Ah, ja. Ja, ja. Ich checke hier grade was. Also hier sind alle Tür und offen? Ja, ja, da war ich drin. Ach so, okay. Aber hier ist noch ne Kiste. Äh, aber irgendwo... Gönnt ihr die? Ich hab die grad gehört. Aber wo ist die? Hat jemand hier mal in der Tanke geguckt? So, ich fand auch nicht von der Tanke. Oder er ist halt echt in die Berge geflüchtet. Wieso? Nein, das hätten wir doch gesehen, oder? Ja. Ja, einfach vorsichtig bleiben, ne? Oh, hier ist einer, glaub ich, bei mir oben. Johnny Roth. Oh ja, hier ist einer oben. Oh jeje. Okay, ich komme. Ist der da hingekommen? What the fuck? Ja, du hast nen Maid im Haus, ne? Ja, ja, aber der kann das eigentlich nicht gewesen sein. Der hat mich hart getreut. Guck mal grad, aber kommen ist nichts. Sollte clean sein. Hä, hat er mich wirklich so hart getreut? Äh, ich glaube, es tendiert dahin, Johnny. Ja, was sieht so aus? Okay, bei dem Sales Shop ist er nicht. Oh ja, okay. Oder... Vielleicht ist er da, oder? Ach Gott, Alter. Das ist auch das Geile hier, weißt du? Bei PUBG habe ich immer vergessen, wo ich gelootet habe. Hier mache ich einfach alles kaputt. Das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall eine Lösung. Ja. Okay, ich bin diesmal, glaube ich, gut ausgerüstet, zum ersten Mal nach 100 Jahren. Ja? Ja. Alles. Hat er sich durch so einen Truck zu bauen, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ey, also der ist, der ist geklüchtet. Fink ich auch, ja. Wir können ja das Haus um ihn herum abbauen. Um auch nochmal sicher zu gehen. Irgendwann ist er dann so nackt. Ja, so alle Gebäude abbauen, irgendwann hockt er in den Busch. In irgendeiner Ecke. Einfach so einen Busch in einem Bad, einfach so ganz unauffällig. Verbinder habe ich echt viele, aber... Ich habe 100 Schild, aber keinen... Alter, du hast einfach meinen Schild drank, ne? Vor meiner Fristung genommen. Ich wollte gerade sagen, also bevor du 100 schildst, man macht auf jeden Fall mehr, sind allen ein bisschen Schild zu geben. Hier ist immer noch nicht gelootet, hier ist immer noch eine Kiste. Oh, Loot Drop, wo? What the fuck? Also hier ist noch, hier ist noch ein Trank hier oben, bei mir. Nimm mal Max oder Johnny, ich habe 25 Schild. Ja, nimm einfach mit. Ja, ich komme zu dir, Maxim. Ich weiß leider noch nicht, wie man droppt. Der Rastet aufkommt. Du machst dann halt und dann einfach rausziehen. Du machst dann halt und dann einfach rausziehen. Du machst dann halt und dann drag & drop raus. Dann drag & drop, genau. Ich schmeiße dir vor die Tür, okay, Johnny? Oder ich schmeiße dir auf die Straße. What? Ja, gut. Komm. Dann mach ich mir schon mal gut Steine. Hinter dem bisschen da. Wo ist denn der Drop? Hast du Verbände, Maxi? Ja. Ja. Okay. Hast du noch eine Shotgun zuviel? Ne, nur meine und SMG. Ich habe nur eine. Ach ne, doch, ich habe zwei. Kann es eine haben. Sehr weird. Ich habe eigentlich einen Drop gehört. Aber irgendwie. Vielleicht war der so weit weg. Hier haben wir noch einen Mate auf jeden Fall. Wir sind deutlich zu unterlegen. Eieieiei, stimmt. Shit. Das heißt, jetzt brauchen wir erst recht gut Material und sowas, ne? Ja. Also baut euch die ganze Stadt ab. Ich will eh keiner mehr haben. Haben wir... Was ist denn unser Lang... Maxi ist da vorne schon im nächsten Haus, ne? Ja. Also die Autos gehören jetzt auf jeden Fall alle mir. Hier ist noch eine epische Showstände bei mir. Fuck the police. Ja, das sage ich nicht nein. Hey, wieder mir selbst aus? Ich mach mal die Wände weg, damit du sie besser siehst. Alter, wir werden echt übel weggemacht. Schlimm. Holy shit. Ja. Wir müssen irgendwie Mates finden. Ich glaube, es macht keinen Sinn zu warten, wenn wir unterlegen. Ihr müsst da... Ja. Ihr seid immer noch in Greasy Goof? Sit hier. Wir haben ja großen Spaß. Holy shit. So hast du's? Ja, ja. Was bringt euch der Lot, wenn alle tot sind? Das stimmt, das stimmt. Ja komm, die Alte, oder? Auf geht's. Hallo zu Max. Okay. Ja, wir sind ja quasi nur in Europa und Kolumbus ist schon drüben und kämpft gegen die Indianer. Ja gut, aber dann wird er dezidiert, ne? Ja, wir müssen chillen, ja. Ja. Ja, deswegen. Guck mal auf den Stand. Kolumbus hat nur noch 17 Leute. Achso, wir sind auch Erober, jetzt verstehe ich's ja gar nicht. Ne, wir sind Spanier. Kolumbus ist vorgefahren, der Wichser. Ne, wir sind Portugiesen. Egoist. Ne, die werden nicht Tech geben. Die waren damals... Hm, das ist jetzt tricky, ne? Langsam verwickelt's wirklich in Widersprüche. Hm. Also rechts haben wir doch Maid. Ja, links auch. Links haben wir... Aber ich weiß nicht, wie's geht. Einfach unter anderem blizieren. Du musst es unter einer... Äh, genau. Ich muss vorhin so ne flache Platte... Genau. Das weiß ich. 14 zu 32. Ach, du Scheiße. Keine Ahnung, wie man so kackmäht haben kann. Hä, hier sind noch Schrubflitten drin. Ja, wir müssen in die Zone auf jeden Fall. Ich hatte auch noch nicht einmal ne Sniper. Also, die ist ja übel weit weg die Zone. Jo. Scheiße. Deswegen, lass mal aufhören zu looten, bitte. Einfach laufen. Direkt im Weg. Weil, wenn wir wieder ankommen, leben nur noch vier wahrscheinlich. Ja, let's go, Alter. Ich wette im Süd... Im Südosten sind einfach 30 Gegner. Vor allem die... Wollte grad sagen, die... Der Bus ist ja auch genau von unten durch Fatal Fields durchgefahren, oder? Also, kann gut sein, dass da so 20 Leute jetzt... Wir sind vier. Äh, ich seh um uns herum noch drei grüne Pfeile. Das heißt, es sind elf. So, jetzt lebt noch ein anderer. Ja, der letzte Squad stirbt da hinten grad wahrscheinlich. Also, die sind wahrscheinlich echt alle im Aussehen. Ja, hoffentlich. Wir haben keinen Raketen- oder Granatwerfer, ne? Nö. Ich hab jetzt so fünf Smokes. Also, wir können uns ja so ransmoken. Ganz unauffällig auf einmal so... Oh, wo kommt die denn her? Ja, wir machen das wie bei Starcraft mit dem Dark Swarm, weißt du? Dann kann uns keiner treffen, wenn wir drin sind. Und dann... Über gute Taktik... Das ist ne gute Theorie, ja. ...nagen wir uns durch die Gegner durch. Und dann... Ja? Tschüss, oder erstmal Internet-Support. Wir müssen einfach... Jeder von uns muss einfach jetzt so krass spielen, wie der Typ mit der Schrotflinte Letze. Alter, der war... der war zähig. Dann kriegen wir die easy. Oh, wir sind noch neun. Der grauen AR ist das gar kein Ding. Okay, ich glaub, im neun sind auch noch welche. 1 zu 30, ja. Also, wir können versuchen einfach den gigantischsten Turm... Aber wir haben ja nicht mal Sniper. Ne, ich glaub, wir müssen echt versuchen, die zu infiltrieren. Ja, die dürfen... wir müssen ja einfach sneaken, genau. Einfach... 30 Leute sneaken. Das ist kein wenig. 30 Leute sneaken. Gar kein... Ja, aber wir müssen halt im Plainsight uns verstecken. 60 Augen. Kein Unterschied. Kennst du nicht, zu viele Augen verderben den Brei? Naja, das ist kein wenig. Zu viele Augen verderben. Ich mein, vor uns war's ja wirklich so. Ja. Ihr müsst das wieder machen. Oder Umwitzung gebaut, ne? Oh, ja. 150, 150. Okay, da geh ich außen rum. Oder wir sind die ganz von hinten an die ran. Ich glaub, hier sehen die uns gar nicht. Ich könnt hier seitlich hoch bauen. Ja, lass das probieren. Ich glaub, das ist die... die... die beste Chance, die wir haben. Okay, komm mal zu mir. Ja, ja. Die hören ja das Bauern. Wir rushen dazu. Jeder holt die Schrot raus. Ja, ich bin... ich bin fucking ready. Schrot? Schrot find ich auch gut. Oh, hier schießt jemand. 75. Ich glaub, war unser Mate. Äh, hier hat keiner gebaut. Doch, doch. Da recht. Ne, das ist Standard. So, das ist wirklich Standard. Oh, endlich. Der Sniper. It begins. Nice. And now? Oh, lol. Episch One-Shop. Hier, hier kommt der einer hoch. Hier kommt der einer hoch. Oh, shit. Ich komm. Okay, er hat kein Schild mehr. Ich werfe Granate. Ich hab keine Munition mehr. Hab ihn. Oh, sorry. Da ist noch eine Granate drin. Jungs! Das habe ich aber auch gesagt. Danke, Sola. Danke, Sola. Ey, was danke? Für die Warnung. Ja, achso. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jetzt wird nicht mehr ganz so undercut. 9,20. Easy, Leute. Wir haben nur 60 Shots verbraucht. Alter, wir müssen schon wieder weiter. Was ist das, ey? Wir sind in Unterzahl. Ja, lass gleich hier runter. Okay, ich sehe sie alle. Jo. Im Osten. Ja, lass da runter. Seinen Loot nehmen. Scheiß. Hab ich gerade gemacht, schon. Eieieiei. Das ist eine richtige Fields. Fields behindert. Wir müssen uns selber verstecken, ja. Entschuldigung. Ja, sind wir einfach hier an der Seite von der Zone versuchen? Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Auf Rückseite des Berges. Maxim, kommen wir weiter in die Zone ran. Eieieiei, Jungs. Pins. Das wird komplett cancerino. Nein, die gegen 29. Gar kein Ding. Leute, keine Sorge. Wir machen das jetzt so. Wir bauen uns hoch. Jumphandeln da zu 4,3. Ja. Ja, warte, warte. Ich habe einen Plan, ja? Okay, warte. Dann lass mich aber... Ja, der Plan, die Zone kommt. Beeil euch bei meinem Plan. Du hebst es. Nein, nein. Die kommt, oder? Die kommt, die kommt, die kommt. Laufend. Maxim, Maxim, baust hier. Warte, warte, warte. Hier, hier, hier. Komm her. Und wir gehen auf den Berg. Maxim, was machst du denn? Wo bist du denn, Maxim? Maxim, wo bist du? Ich bin hier. Komm, komm. Bauer ist da draus. Warte. Wo wollen wir hin? Du hast dich an der Arte geworben. Warte, 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 warte. An die Felsen hier. Sie sind alle bei dem Scheu. Hier links ran. Fahr her, Max. Ich schlieg. Ich schlieg. Osten sind ganz viele. Osten bauen gerade viele. Mhm, 29? Ne, 8,9. 27. Da sind ein paar. Okay, Max, wir sind hinter dir. Wollen wir wirklich gegrouped bleiben? Dann ist die Chance, dass wir gesehen werden höher. Dahin wird gebaut. Ich sehe hier ungefähr 10 Leute auf dem Platz. Ja, ich bin auch ready, Max. Sollen wir da rauf? Oh, hier kommt einer von rechts. Okay, ich. Ab ihn. Man, dann kam er rein. Got your back, Bro. Hier sind noch Kranaten. Ah, wir haben diesmal keinen Kranaten mehr. Boah. Hab einen. Ah, da sind so viele. Okay. Ab ihn. Ab ihn. Komm hier hinter. Komm hier hinter. Ich muss mich heilen. Ja, 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 ja. Ich erkläre. Oh, shit, der hat mich doch gedacht. Oh, die sind noch oben. Die sind noch oben. Oh, ich bin schon durch. Oh, Mann. Ich wurde von vier Seiten lang. Aber wir haben noch fünf geholt, so sind. Ah. Ich hab keinen geholt. Nee, keine Chance. Ja, Maxime. Ich weiß nicht, warum das hier lag. Wir müssen aber viel höher. Ja, ja, ja. Alter. Alter. Wie haben Sie denn schuld? Alter. Weiter lebt noch. Wir gucken ihn jetzt zu. Der macht das doch noch easy. Der Junge macht das noch. Der hat noch acht Leben. Was macht der denn? Was macht der denn? Erst mal kommt Maxim fünf Jahre zu spät. Dann wirft er erstmal eine Granate. Dann baut er da so ein Holzzelt drauf. Und dann muss ich das erstmal alle abreißen. Alter. Alter. Ich bin schon. Best made ever. Du bist ja nervös. Ich weiß nicht, was witzig ist. Du warst nervös. Ach so. Ich hab das Ding bei dir gedroppt. Wollte es dir geben. Du bist über zwei vorne. Ich sammle es wieder ein. Bin in der Zone. Alter. Du kriegst die ganze Zeit schon. Dann hab ich es nicht mal mitbekommen, dass du es gedroppt hast. Ich hab gesagt, ich gebe es dir. Ich gebe es dir. Oh. Oh, ihr seid dort vorne. Okay.